Das sind keine Masken, das sind alles Teile deines Egos. Und das bist du. Und noch was. Du bist die Ausnahme, die die Regeln bestätigt. Du bist einzigartig. Du bist du. Du bist schön auf deiner Art. Du kannst charmant sein und weise. Auf eine bestimmte Art kommst du aber auch eiskalt. Das bist halt du. Besser. Auf eine bestimmte Art. Du bist輪胃. Du bist точно auf einer bestimmte Art. Du bistudo.